Hallo, mein Name ist Philipp Janssen und im heutigen Testbericht haben wir das Yongnuo YN-160 Pro LED Videolight. Dieses kleine Licht kann man perfekt auf seine Videokamera aufschrauben und damit dann für eine etwas notbedürftige Beleuchtung sorgen. Was heißt notbedürftig? Dieses Gerät kann bis zu 1460 Lumen erzeugen. Also somit können wir dann eine sehr portable kleine Beleuchtung praktisch erzeugen. Ihr fragt euch bestimmt, warum ich den Greenscreen hinter mir habe. Den werde ich nicht einsetzen für irgendwelche Effekte, sondern eine Frage klären, die bestimmt sehr, sehr viele haben. Es ist bestimmt der eine oder andere mal auf die Idee gekommen, ich könnte ja statt teuren Halogen-Scheinwerfern oder irgendwelchen großen LED-Scheinwerfern bestimmt auch ein Set mit solchen kleinen Geräten hier machen. Eine Überlegung ist es auf jeden Fall wert. Wir werden uns das einmal genauer angucken, ob diese Leuchtkraft von diesem Gerät überhaupt dafür ausreichen würde, das hier genügend zu beleuchten. Die einzige Beleuchtung, die wir jetzt hier haben, sind zwei kleine Deckenleuchten, rechts und links, sonst ist hier keine weitere Beleuchtung installiert. Und wir schauen uns das Ganze einmal an, was kann uns dieses kleine Gerät bieten. Würde sich das lohnen, damit so ein Studio-Set aufzubauen, ja oder nein? Ich habe jetzt nur ein Gerät, das heißt so ein komplettes Studio können wir nicht aufbauen, aber wir können ja einmal gucken, wie stark diese eine kleine Leuchte überhaupt ist. Was machen wir also? Wir packen erst mal das Gerät aus, gucken nach, was haben wir alles hier im Lieferumfang drin und dann probieren wir das Ganze einmal aus. Von der Verpackung her ist jetzt nichts Besonderes zu sehen, nur hier vorne die Reklame drauf, sonst keine weiteren Produktdetails. Deswegen würde ich sagen, gucken wir direkt in die Packung hinein. So, was wir hier direkt drin haben, ist eine Tüte und eine kurze Anleitung, wie man das Gerät benutzt, einmal auf Chinesisch und Englisch, nicht auf Deutsch, nicht auf Französisch, nicht auf Italienisch, also nur wirklich Englisch und Chinesisch. Daher sollte man eine der beiden Sprachen kennen, um das hier komplett zu verstehen. Das ist beiseite und gucken uns das eigentliche Hauptgerät an. Das wird in dieser schicken Tasche hier geliefert, kann man hier oben auch schön zuziehen, sehr nett zum Transport. Und wir gucken einmal rein, was wir dort drin haben. Da hätten wir einmal so einen Standfuß. Hier können wir dann einen Zubehörschuh oder den Standardzubehörschuh dran klipsen und können darauf dann die Lampe montieren. Sehr praktisch, dann können wir nicht das Gerät irgendwo einfach hier hinstellen. Das kann man zum Beispiel einsetzen, um dann irgendwelche Stellen dann besser auszuleuchten. Man kann das Gerät einfach dorthin stellen. Dann haben wir verschiedene Farbfilter. Da hätten wir einmal Rot, Orange, Blau und Weiß, beziehungsweise das ist unser Diffusionsfilter. Die kann man einfach alle vor die Blende des Gerätes einfach vorklemmen und kann somit dann diesen Lichteffekt erzeugen. Das gucken wir uns aber gleich einmal näher an. Dann haben wir in der Tasche, die ist praktisch zweigeteilt, das sieht man auch hier, haben wir einmal das Gerät und so eine kleine Nebentasche. Und in dieser Nebentasche haben wir einmal den Griff. Das heißt, wir können das ganze Ding auch handbetrieben benutzen. Dieser Griff, da ist das Besondere daran, dass wir hier einen Hohlraum haben. Den können wir einsetzen, um das Ganze auf ein Stativ zu stecken. Das heißt, wir können es auch somit als Scheinwerfer benutzen. Gucken wir uns gleich mal genauer an, ob das wirklich sinnvoll ist. Zusätzlich haben wir noch hier drin natürlich das Gerät an sich und zu guter Letzt noch der Zubehörschuh, den wir ganz normal auf unsere Kamera aufklemmen können und hier das Gegenstück, wo dann hinterher unsere Belichtung drauf montiert wird. Gut, tun wir die Tüte einmal beiseite und schauen uns das Gerät einmal näher an. Wenn wir uns das Gerät näher anschauen, dann sehen wir direkt, wir haben hier diese schönen Klappen, um das Licht gezielt zu verteilen. Das ist schon mal sehr, sehr schön. Es sind genau 160 LEDs installiert, deswegen auch dieser Name YN160. Diese 160 stehen nämlich für die Anzahl der LEDs. Ansonsten haben wir ringsherum nichts Besonderes, außer natürlich hier am Boden des Gerätes. Hier haben wir nämlich diesen anderen Anschluss, wo wir auch schon montiert eine Schraube und eine Mutter haben, um zum Beispiel dann diesen Zubehörschuh hier dran anzuschließen. Gucken wir einmal auf die Rückseite, die ist auch besonders, insofern, dass wir hier die verschiedenen Elemente haben. Einmal den Einschalter, dann haben wir zum höher und niedriger Stellen der Helligkeit hier einen Knopf. Wir haben leider keinen Regler, das heißt, wir können nicht stufenlos das Ganze schalten. Dann haben wir eine Batterieanzeige aus insgesamt fünf Leuchten. Das heißt also, wenn alle leuchten, dann wissen wir, dass unsere Batterien voll sind. Ist nur eine an, wissen wir, dass die Batterien fast leer sind. Und noch der Knopf, um diesen Batterietest einmal anzeigen zu können. Eine Sache, die ich jetzt schon mal sagen kann, der Batterietester funktioniert nur, wenn das Gerät angeschaltet ist. Es funktioniert nicht, wenn es ausgeschaltet ist. Ist ein kleiner Nachteil. Jetzt kann man sich natürlich, wenn man sich das näher anguckt, etwas fragen, was ist das hier denn für ein Batteriefach irgendwie? Was kommt denn da rein? Das Besondere daran ist, man kann hier auch Sony-Batterien einsetzen. Die ganz normalen Camcorder-Batterien der NP-Serie, die kann man hier einsetzen. Oder man kann auch sechs ganz normale 2xA-Batterien einsetzen. Um die 2xA-Batterien einzusetzen, müssen wir natürlich diesen Adapter hier rausnehmen. Das hier ist einfach nur die Batterieklammer sozusagen oder Klappe. Und dann müssen wir diesen Adapter hier einmal rausnehmen, wo wir diesen Sony NP-Akku reinsetzen können. Und schon sehen wir, wir können hier sechs Akkus reinsetzen. Ich setze eben die sechs Akkus rein und dann schauen wir uns das Ganze einmal an, wenn das zusammengesetzt ist. So, die Akkus sind nun eingebaut und ich kann dann ganz einfach diese Klappe wieder hier drauf sitzen, um die Akkus sicher zu fixieren, dass sie mir nicht rausspringen. Ich kann das Gerät jetzt ganz einfach über den Power-Button einschalten und sehe direkt am Anfang zwei Lämpchen leuchten. Das heißt, die Akkus sind nicht gerade voll. Wie man jetzt schon an meinem Hemd sehen kann, es ist unwahrscheinlich hell und es startet automatisch beim Einstalten mit der hellsten Helligkeitsstufe. Das heißt, wenn ich alles komplett runterriegele auf die niedrigste Stufe, schalte das Gerät aus und wieder an, habe ich automatisch wieder die höchste Helligkeitsstufe. Das wird also leider nicht gespeichert. Ich kann jetzt die Helligkeit regeln, hier mit Plus, also heller stellen. Das geht natürlich in diesem Fall nicht mehr, weil es schon die hellste Stufe ist. Oder hier mit Minus. Dafür muss ich einfach nur länger gedrückt halten. Dann wird die Helligkeit immer weiter runter geregelt und wie man sieht, schrittweise wird es immer dunkler bis zu dieser Helligkeitsstufe. Wir werden das Ganze aber gleich noch mal etwas genauer darstellen, dass man noch mal etwas besser die Helligkeit sieht, nicht nur hier auf meinem Hemd. Ansonsten können wir halt immer noch den Batteriestatus wieder über diese Test-Taste drücken und sehen, es sind nur zwei Lämpchen an. Wie schon gesagt gerade eben, ich kann den Batteriestatus nicht angucken, wenn das Gerät aus ist. Das ist etwas schade. Jetzt wollen wir das Ganze etwas hinstellen, um dann auch zu gucken, wie gut die Lichtwirkung ist. Dazu wollen wir einmal diesen Schuh hier benutzen. Das ist ja ein ganz normaler Standschuh, um es hinzustellen. Und dafür brauchen wir diesen Zubehörschuh. Um das Ganze zu machen, drehen wir das Ganze einmal um und haben hier hinten diese Schraube mit der Mutter dran. Diese Schraube drehen wir einmal ab, setzen dann diesen Standardschuh an. Den können wir ganz einfach hier drüber setzen. Und können auf der einen Seite die Mutter einsetzen. Das ist auch extra so eingekerbt, also da braucht man es einfach nur reinlegen. Und können dann entsprechend den Daumen dagegen halten und auf der anderen Seite Schraube rein drehen. Wenn ich das schon ein bisschen reingedreht habe, habe ich noch die Einstellungsmöglichkeit, das genauer einzustellen. Ich habe hier auch eine Rastfunktion, sodass ich genau das einstellen kann, wie ich es haben will. Wir wollen es jetzt ganz gerade haben und ziehen das Ganze fest. Und dann kann ich auf diesen ganz normalen Standard-Zubehörschuh dann diese Klemme aufbringen. Oder auch nicht. Warum will er jetzt nicht? Ah, eben einmal losschrauben. Und festschrauben. Jetzt ist das Gerät bereit. Es ist nicht ganz gerade eingestellt. Eben noch mal kurz justieren. Dazu brauche ich noch einmal kurz wieder losdrehen. Und schon können wir das Gerät uns irgendwo hinstellen und einsetzen. Ich kann hier einmal die Lichthelligkeit demonstrieren, indem ich das direkt in die Kamera scheinen lasse. So, jetzt ist es komplett an. Es ist die hellste Helligkeitsstufe. Jetzt riegele ich das Ganze runter. Stufe für Stufe nimmt es dann immer weiter ab. Und das ist schon die niedrigste Helligkeitsstufe. Also wir sehen schon, es ist unwahrscheinlich lichtstark. Jetzt wieder nochmal ganz hoch bis oben. Das ist die hellste Helligkeitsstufe. Also schon sehr, sehr stark insgesamt. Es leuchtet sehr, sehr stark aus. Um das Ganze etwas weicher zu machen, beziehungsweise etwas diffuser und auch schon dafür die Augen zu machen, haben wir natürlich dann diese weiße Blende, die wir aufbringen können. Die können wir ganz einfach einsetzen. An der Seite ist hier ein Schlitz. Und dort können wir diese Blenden einfach einschieben. Dazu setzen wir einfach hier die Blende rein und schieben sie komplett rein. Und somit haben wir jetzt schon ein deutlich weicheres Licht und können damit auch natürlich dann in diesen verschiedenen Farben dann auch verschiedene Effekte erzeugen. So, jetzt kommen wir aber zur entscheidenden Frage, die sich viele stellen. Kann ich mit diesem Gerät überhaupt ein Greenscreen vernünftig ausleuchten? Also kann ich hiermit wirklich alles beleuchten, diesen 3x3-Meter-Screen zum Beispiel, und könnte ich mir dann somit ein Halogenscheinwerf versparen? Die Antwort ist ja, aber es ist sehr, sehr umständlich. Ich müsste mir ganz viele von diesen Geräten kaufen. Und vor allen Dingen, wenn ich die natürlich auf Stative stellen will, dann brauche ich diesen Handgriff. Den Handgriff, das gucken wir uns jetzt einmal genauer an. Dazu schrauben wir jetzt einmal eben hier wieder alles ab. Stellen wir einfach so wieder hin. Vorteil natürlich bei der LED-Technik ist, diese Geräte werden nicht heiß im Vergleich zu Halogenscheinwerfern. Dass es heiß wird, hat mehrere Nachteile. Einmal wird es im Studio selber natürlich heiß, den Darsteller natürlich auch. Und vor allen Dingen, wenn das mal irgendwie hinfällt, dann kann es zu Bränden kommen. Deswegen sollte man immer einen Feuerlöscher in der Nähe vom Set haben. Und natürlich auch beim Anfassen ist das sehr unangenehm, wenn das so furchtbar heiß ist. Deswegen ist die LED-Technik eigentlich ganz interessant. Nicht nur, weil sie energieeffizient ist und auch sehr, sehr lichthell. Aber trotzdem, wir haben das Problem, dass sie noch nicht ganz so hell sind wie zum Teil Halogenscheinwerfer. Zumindest müssten wir an größere Geräte nehmen. Wie gesagt, wir wollten jetzt hier zum Greenscreen kommen. Dafür brauchen wir einen Handgriff, weil nur damit, durch dieses Hohlloch hier, können wir das auf ein Stativ stecken. Und jetzt kommt nämlich der Kasus-Knaxus an dem Ganzen. Ich kann zwar diesen Griff hier hinten dran machen und kann das Gerät dann auch selber dafür verwenden, um es zum Beispiel an, ähm, um es selber in der Hand zu benutzen oder für ein Stativ. Aber das Ganze hat den Nachteil, dass sobald ich dann diesen Griff hier dran gemacht habe, ich den Scheinwerfer nicht mehr neigen kann. Ich habe das jetzt wieder hier mit dieser Schraube und der Mutter festgedreht und kann es jetzt wunderbar hier in der Hand halten. Nur das Riesenproblem ist, ich kann es nicht mehr neigen. Es sitzt komplett fest. Ich kann es nur so mit der Hand bedienen. Wäre ja auch ein bisschen schlimm, wenn es sich biegen würde, weil sonst würde ich so halten und das Ding würde nach unten sacken durch das Gewicht. So hält es sehr, sehr schön fest. Nur wenn ich das jetzt auf ein Stativ drauf setze, ja, dann habe ich keinen Neigungswinkel, den ich einstellen kann. Das ist also schon sehr, sehr negativ und schränkt natürlich das Ganze sehr stark ein. Und ich kann auch das dementsprechend nicht irgendwie noch weiter runter setzen, weil hier genau dieses Loch angesetzt ist in diesem Griff und der ragt hier bis hier hinein und somit lässt sich da leider nichts verstellen. Das ist also schon mal ein Riesen-Nachteil hierbei. Wir gucken uns jetzt noch etwas genauer das Ganze an. Wie ist das denn mehr Leuchtkraft? Weil falls dann doch jemand irgendwie das mal einsetzen will, wie stark leuchtet das Ganze aus? Dazu machen wir einmal Folgendes. Wir machen einmal das verbliebene Licht, was wir hier haben, aus und gucken einmal, wie stark dieses Licht dann noch wirkt. So, das einzige Licht, was wir jetzt noch übrig haben, kommt hier praktisch links durchs Fenster. Es ist draußen auch ziemlich dunkel. Von daher haben wir nicht allzu viel Licht. Wir brauchen also irgendwie eine Lichtverstärkung. Da können wir ganz einfach das hier mal einsetzen. Wir wissen ja noch, dass die Hells Lichtstärke automatisch beim Einschalten kommt. Deswegen gucken wir einmal, wie gut das wirkt. Wir haben immer noch diese Weißblende drin. Das heißt, wir haben ein sehr diffuses Licht, was sich schön verteilt und sehen, es entsteht ein sehr, sehr guter weißer Spot. Aber wirklich nur dieser eine Spot. Und wenn wir jetzt näher an die Kamera rangehen, die ungefähr zwei Meter von dem Greenscreen entfernt steht oder zwei Meter zehn, dann sehen wir, wenn wir dann dementsprechend auch dann das Gerät weiter weghalten, dass wir doch recht viel ausleuchten können. Aber es ist nicht besonders hell. Man sieht, die Lichtverteilung mag zwar ganz gut und weiß sein, aber man braucht doch schon viele Geräte. Das heißt also, wenn ich jetzt hingehen würde, hier habe ich jetzt die Mitte einigermaßen gut ausgeleuchtet, bräuchte ich einen Scheinwerfer. Ich will es weiter rechts haben, bräuchte ich einen zweiten Scheinwerfer. Ich will hier links haben, noch einen Scheinwerfer. Dann bräuchte ich noch die Mitte und noch unten. Heißt also, ich bräuchte ungefähr neun Scheinwerfer, um dieses Ganze vernünftig auszuleuchten. Und die würden sehr nahe stehen. Und dann habe ich noch das Problem, dass der Protagonist, wenn ich diese Dinger benutze, natürlich das deutlich geringer einschalten muss. An diesem Gerät gibt es auch keine Ritzen oder sonstiges, wo ich weitere von diesen Geräten nebeneinander einklipsen könnte. Das heißt, ich kann mir auch keinen großen Scheinwerfer hier rausbasteln. Machen wir wieder das normale Licht an. Also wer seinen Greenscreen gerne hiermit ausleuchten will, der braucht da doch schon sehr, sehr viele Geräte von. Und ob sich das dann wiederum so lohnt, ob man dann nicht lieber mehr investieren will in ein vernünftiges System mit Halogen leuchten, das wäre doch dann, glaube ich, die bessere Wahl. Vor allen Dingen, hier kann ich nicht wirklich die Höhe oder besser gesagt Neigung einstellen. Das ist schon ein großer Nachteil. Das heißt, ich bräuchte sehr, sehr viele Stative, die ich einfach auf die jeweilige Höhe einstelle und das ist dann nicht so ganz so vorteilhaft. Okay, ansonsten, ich glaube, für solche Zwecke wie auf der Kamera montieren und dann ebenso beim Shooting, dass wenn man irgendwo in der Fußgängerzone oder sonst irgendwo unterwegs ist, ist das sehr, sehr praktisch auf jeden Fall. Vor allen Dingen auch mit dem Handgriff. Dann kann man den Assistenten ein bisschen nachbeleuchten lassen. Das ist auf jeden Fall gut. Aber so jetzt wirklich als Komplettbeleuchtung oder als komplettes System für ein Greenscreen würde ich das jetzt nicht empfehlen. Dass natürlich auch die Leuchtkraft jetzt nicht so optimal ist für ein Greenscreen, merken wir schon, es ist doch etwas zu schwach dafür. Ein Beispiel, wie man es dann machen kann mit einem Greenscreen, um ihn richtig zu beleuchten, wäre ein Halogenscheinwerfer. Ich habe jetzt hier rechts und links einen Halogenscheinwerfer stehen. Kein professioneller, sondern welcher aus dem Baumarkt. Da will ich einmal kurz zeigen, wie das Ganze dann aussieht, wenn mein Greenscreen vernünftig beleuchtet. Dazu mache ich einmal das Licht wieder oben aus und schalte den ersten Halogenscheinwerfer ein. So. Und nun der zweite Halogenscheinwerfer. Und nun haben wir eine ziemlich helle Ausleuchtung. Ist natürlich immer noch nicht optimal, weil wir sowieso den Greenscreen alleine beleuchten müssten und mich selber auch nochmal durch eine separate Beleuchtung vorne getrennt vom Greenscreen. Aber wir sehen, zwei 500 Watt Halogenscheinwerfer reichen schon aus, um die ganze Fläche hinten zu beleuchten. Mit diesem Gerät müsste ich ganz, ganz viele davon nehmen. Und ich würde es eher dafür einsetzen, irgendwelche kleinen Objekte aus nächster Nähe dann anzustrahlen und zu beleuchten. Dafür ist es auf jeden Fall gut, vor allen Dingen auch für unterwegs. Aber ansonsten, als Studiobeleuchtung an sich, ist das kein vernünftiger Ersatz dafür. Fazit Eigentlich hat mir der YN-LED-Scheinwerfer ganz gut gefallen. Für die 65 Ohr kriegt man ein großes Zubehör. Einmal diesen Beutel zum Transportieren, dann die verschiedenen Filter, ganz besonders der weiße Diffusionsfilter ist dabei. Ein Standschuh, um das Gerät überall aufzubauen. Ein Handgriff, um es so in der Hand zu halten. Oder halt mit dem Loch, um es auf ein Stativ zu stecken. Dann noch der Adapter, um Sony NP-Akkus zu verwenden. Oder ansonsten kann man halt auch wahlweise sechs AA-Batterien verwenden. Zusätzlich ist natürlich auch noch dieser normale Blitzschuh-Adapter mit dabei, so dass sich das auf einem Gerät montieren kann. Also der Umfang ist schon wirklich gut. Was ich nicht so gut an diesem Gerät fand, ist einmal, dass man bei diesem Gerät, also bei dem Handgriff, die Höhe nicht mehr, beziehungsweise den Winkel nicht mehr verstellen kann. Das macht es praktisch unhandlich oder unpraktisch für Sets, die ich mir daraus bauen würde. Ich kann also das nicht so gut verwenden für ein Greenscreen, wenn ich mir ganz viele von den Geräten holen würde und würde auf Stative aufbauen, dann hätte ich das Problem, dass ich dann den Winkel nicht einstellen kann. Was auch noch dagegen spricht, sobald ich das Gerät einmal ausgeschaltet habe und wieder einschalte, habe ich die vollste Helligkeit. Das heißt, es wird die letzte Helligkeitsstufe nicht gespeichert. Das ist auch nicht so super. Auch unschön ist, dass ich den Batteriestatus erst abrufen kann, sobald ich das Gerät eingeschaltet habe und ich kann nicht stufenlos die Helligkeit einstellen. Ich muss wirklich immer Plus oder Minus dafür drücken. Das ist ein bisschen schade. Ein Regler wäre hier deutlich besser und man könnte es deutlich schneller bedienen. Ansonsten hat mir das Gerät aber ganz gut gefallen, auch dass hier schon automatisch diese Klappen mit dabei sind und natürlich auch die Diffusionsfilter und das ganze Zubehör. Ich würde es aber trotzdem darauf beschränken, dass man wirklich dieses Gerät einfach an die Kamera dran sitzt und für kleine Aufnahmen benutzt. On the go praktisch, wenn man irgendwo etwas Kleines filmt. Dafür ist es ganz gut, wirklich ein ganzes Set damit aufbauen, zum Beispiel für einen Greenscreen, ist nicht zu empfehlen. Da brauche ich einfach viel zu viele Geräte davon. Da muss ich schon dann wirklich einen größeren LED-Scheinwerfer mir suchen oder gleich Halogenstrahler. Ich hoffe, dieser Testbericht hat euch gefallen und wir sehen uns bestimmt beim nächsten.